Musik Ihr seht gleich warum ich das mache Wieder mal ne schöne Schöne optische Sache Mal grad so überlegt hab So dann gehen wir wieder rein Diese komischen Sound von den Türen Ich weiß ja auch nicht Hört ein bisschen sehr komisch an So wie hoch mach ich das Weil da könnte ich mir dann so ne Art Dachboden machen Ich da grad mal auch dabei bin Fenster kommt zum Schluss Also da bin ich ja noch nicht dran Überlegen mach ich noch eins höher Hm Na komm ich mach noch eins höher Das wird aber auch dann reichen von der Höhe her Und da könnte ich rein Hinterredisch dann Fenster reinsetzen Und können wir dann oben einen Dachboden hinbauen Kommen die so runter? Ja Naja gut Naja wir haben uns ja fast da am Äh beide gebrungen aber ist ja egal eigentlich Jo Dann würde ich sagen dann gehe ich weiter da hinten Nur brauche ich erstmal gerade Halbsteine Moment das haben wir gleich So Noch ein paar Ich mach mal die zwei hier weg Sonst habe ich mich wieder Moment das kann ich ja eigentlich da ohne mit Weil ich hoffe ich sehe auch gerade es wird gerade dunkel Jo dann gehe ich ja am besten gleich mal eine Runde schlafen wieder Na gehst du jetzt mal schlafen hier oder wat? Schlafen Ah jetzt So dann mach ich jetzt gerade mal die Mucke Na lass mal das mal gerade So Kann man überlegen wie weit ich dann hier lang gehe Halt ich brauche wieder Holz Moment Drei Na Noch ein bisschen Na komm ich mach noch eine Eins und Ding mach ich noch Wohl komm ich mach noch eins Ihr seht dann schon was ich dann vorhabe Wenn ich fertig bin natürlich Seht ihr das dann Gucken wie weit ich da nach vorne muss Zwei so wie das aussieht Richtig Ja Von der Höhe richtig Ja dürfte eigentlich passen Jo Passt Gut Ähm Ja es dürfte sogar erst rein funktionieren So wie ich mir das gerade denke Probieren wir jetzt mal Dann wissen wir es Ja es gibt natürlich viele Minecrafter Die verschiedene Sachen bauen Aber ich will natürlich auch was anderes bauen Ganz gerne Müsste eigentlich umgehend immer dasselbe bauen Deswegen hab ich mir gerade überlegt Komm Machst du mal was anderes Haben wir 32 Wird das mal reichen Für den Anfang zumindest Müssen wir das mal reichen Ähm Ja genau Das sieht doch gar nicht so schlecht aus Das gibt mal ein ganz Intivirtuelles Dach Mal ganz anders So wie andere Leute Das immer bauen Da unten mach ich halb Slaps hin Als Slaps halt Nicht halb Slaps Das mach ich da schon wieder Verdammt Aber 23 Aber 23 sehe ich gerade Das wird so oder so zu wenig sein Und die Ja doch die anderen Die dürften passen Moment Ich glaub ein paar mehr bauen Na gut wenn ein paar überbleiben Ist ja auch nicht so schlimm So das reicht das mal So dann baue ich das gerade mal hier rüber Aber ich baue es mir hier die Slaps auf mir hier lang Na Da und da Ist ja richtig Ja ist richtig So da Und da Und da Und da Und bis das Dach fertig hat Und dann muss ich überlegen wie ich es außen mache Bin ich schon hoch genug Okay Äh Dann muss ich überlegen wie ich es dann außen mache Ja ist klar Ich wieder mal Naja Passiert Jo Ja habt ihr eigentlich auch gemerkt Äh Eigentlich auch ganz tolles Thema Aber äh Das haben wir richtig kalt wird draußen wieder Also mich stört das nicht Ich hab gegen die Kälte gar nichts Ich bin eher so der Wintermensch Als der Sommermensch Ich mag so die Hitze nicht so Obwohl wenn man es ehrlich sagen muss Meine letzte Arbeit wo ich war Moment bin ich leider aberst los Aber das ist ja auch egal Ähm Letzte Arbeit wo ich war Ich will auch nicht unbedingt jetzt einen Namen sagen Äh Ich kann da so viel sagen Dass da mal Kessel waren Und Man immer gut Jo ich sag mal so 150 Grad um sich hatte Eigentlich müsste ich ja die Hitze gewohnt sein Aber genau aus dem Grund Mach ich den Sommer es recht nicht Ich hab ihn vorher auch nicht so richtig gemocht Also von daher Naja Ist halt so Ich glaube das darf passen Ich hoffe mal dass es reicht Dann darf ich ihn wieder runter stürzen Dann muss ich mir halt seine Leiter hinbauen Aber ich hab ja keine Leiter dabei Ne das passt nicht ganz Da fehlen noch zwei Na gut Dann muss ich mich halt noch zwei bauen Ich glaube ich kann mir nur vier bauen Ja Na gut ist egal Dann hab ich halt zwei über Ja wie komm ich jetzt am besten wieder hoch Mh Ich würde ja sagen Ich mach von außen mal Leiter hin Nur wo Das wird natürlich dann jetzt Schwierig Ich möchte eigentlich ungern das Fliegen nutzen Ich werd mich erstmal hochbauen Muss oder so gucken wo ich da Hoch könnte Na Ne ne ist klar Was mach ich denn da Ja ich Ja was mach ich denn hier schon wieder Ich weiß ja auch nicht So Müssen aber noch eins höher So Jetzt dürfte es gehen Jetzt kommen wir zumindest erstmal da hoch Und hier wollte ich ja so oder so Das anders da machen Dann seht ihr gleich was ich da vorhabe Ist aber eigentlich nicht schwer Äh Ja doch 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 Das mach ich so Ist ganz so schlecht Ja das ist ne gute Idee Achso ich brauche ja nicht unbedingt daneben zu stehen Sondern nur halb Slaves Die können sich ja Ich sag immer halb Ja doch halb Slaves Das ist schon richtig Äh Kann ich mich ja hinstellen wo ich will Ist aber bei den Shitty egal Ja jetzt hab ich natürlich keiner mehr Äh Ich glaube ich spring mir in die Mitte drauf Naja Nicht so schlimm Ach was mach ich denn da drin Ich will ja auf die Workbench So Haben wir neun Das wird nie nochmal reichen Ne wir müssen uns noch mehr machen Das wird sonst nix Na das würde vielleicht nochmal reichen Ich bin mir nicht so ganz sicher Ob das wirklich reicht Das sehen wir dann So Hop hop Hoch mit dir So Ja ich lass das grad mal offen Ich weiß ob ich dann wirklich nochmal hoch muss Aber ich glaube ich muss eigentlich nicht mehr hoch Ist nicht so ganz sicher Wenn ich Wenn ich doch mal hoch muss Naja dann Da hab ich dann ne andere Idee Das kommt aber dann Wenn ich so weit bin Das kommt aus mir Das Dach fertig Naja das sieht kritisch aus Das könnte ein bisschen Probleme geben Von der Menge her meine ich das jetzt Ja Na gut Dann gehen wir nochmal runter Und holen uns gerade nochmal neue Hättest du aber fast schon denken können Machen wir nochmal ein paar neue Na das dürfte vielleicht aber schon reichen Wenn nicht Naja Dann muss ich halt nochmal hin Dann ist es halt so Und deswegen hab ich das offen gelernt Sonst wäre ich dann nicht mehr hochgekommen Obwohl schon Klar Ich wäre dann anders so hochgekommen Und dann hätte ich das Alles wegbauen müssen Oder was Neues Eher gesagt hinbauen müssen Na ob das reicht Ne das reicht immer noch nicht Wie viel brauchen wir denn noch Eins Dann machen wir hier Zwei Vier Sechs Achtzehn Zwölf Dreizehn Stück brauchen wir noch Dreizehn Stück Na Nehmen wir mal Fünfzehn Weil Dreizehn geht nicht Fünfzehn dürfte reichen Na Ja Ja mit den Türen Das mache ich dann auch noch Ich hab da nämlich Ne super Idee Was ich meinem Tutorial vorgestellt habe Wer es nicht kennt Einfach auf meinen Kanal mal gehen Dann seht ihr das Zwar da will ich dann eine Doppeltür mit Redstone und so bauen Aber Redstone muss ich mal finden Hab ich auch Redstone? Ich glaub ich hab da schon Redstone Bin ich mir jetzt ganz sicher Wirklich schon Redstone habe So Gehen wir mal kurz mal rein Gute Kichte mal von Ai Gott Geht er mal da rein Jo Sieht ganz so schlecht aus Wir müssen nur noch Fenster rein Und noch Fackeln bei So Dann mach ich da erstmal Ich glaub ich geh mal gleich lieber schlafen Muss ich nur grad mal hier mal so Random mal wieder Fackeln entsetzen Irgendwel die Viecher durchspawn So Dann gehen wir erstmal schlafen Wird schlafen gehen Lalalal Jetzt Wird dir mal Zeit So Dann wollen wir uns mal Fenster jetzt einbauen Ich würd sagen Hier eins hin Am besten bis zum Bis runter Ein riesen Panorama Fenster Äh Da haben wir normale Glasscheiben Na komm ich mach noch eins weiter Sieht ganz so schlecht aus Und dann mach ich Äh Da mal eins hin Auch bis ohne auf den Boden So Und dann mach ich da drüben Genau selbe wie hier Heißt Eins zwei drei Abstand Eins zwei drei Das zwei hoch oder hab ich das drei hoch gemacht Hab das ja noch zwei hoch gemacht Hm Ich kann überlegen ob ich es drei hoch mache Und ob ich es zwei hoch lasse Ah komm ich mach es zwei hoch Eigentlich finde ich das von der Höhe perfekt Ja Ist auch mal was anderes Mal schöne Fenster unten Auf dem Boden Hat ja auch nicht jeder So und hier mach ich dann Hier mach ich mal normale rein Geh mal wegfackel Ah ne Ich lass das doch mal Oder Hm ich will mal überlegen ob ich das wirklich so mache Ein Vierer Na komm ich mach hier mal Vierer die hier oben sind Und hier mach ich Ne ich mach doch keine einzelnen Ich hab keine Glasscheiben mehr Verdammt Äh Ja ich musste grad das mit Upsala Ich musste grad das mit mal Äh Mal grad ein bisschen verschieben Na komm her So Da und da und da Und da haben wir doch schon vier Fenster Da sind zwei unten Und da sind Den gefällt mir das nicht So jetzt würd ich ja sagen Die Höhe Also die Wie mach ich Was mach ich am besten hin Mach ich da Leitern hin Oder Na komm ich mach da am besten Leitern hin Es gibt da glaub ich nur ein Ne es gibt sogar zwei Ich glaube vier dürften sogar reichen Wird doch was ich vorhabe Das kommt ja so oder so hier weg Von daher Bin mir jetzt nicht ganz sicher Aber ich glaub von der Höhe Dürft das reichen Doch die kann ich dann da draufsetzen Ähm Da glaub ich ein bisschen niedrig Na komm ich mach es mal ein Stück höher Und da komm ich glaub mir der Leiter Nehmen wir hin oder Doch Aber ich würd trotzdem Ne Leiter da oben hinsetzen So Jetzt kommt man da oben Ne Leiter hin Ach schmeißt doch weg Verdammt So Die Leiter brauchen wir erstmal Nicht mehr Und machen uns jetzt mal Nochmal Ach was mach ich denn da schon wieder Äh Halb Slabs Oder halbe Steine In dem Fall halbe Äh Holzbrettchen Werd ich es jetzt nennen Moment mal Ich muss gerade mal hier Das seht ihr glaub ich so oder so nicht Wenn doch muss ich schneiden Äh Wollen wir es denn So Mal andere Mucke wieder rein Was jetzt Hallo Absturz Absturz Äh Ja 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 da bin ich auch schon wieder da Minecraft gerade mal Ne Runde abgestürzt So Geh weg da So Weil mir die Mucke so gut gefällt Ist gerade mal 8 Bit Mucke angemacht Weil sie mir echt super gefällt Was mach ich denn da schon wieder Verdammt Was mach ich denn da schon wieder Verdammt Wie schrimmt denn der so komisch Hm So So dann hab ich noch mitbekommen Dass es eine Brue Release 6 gibt Auch eine RC 2 Gibt es mittlerweile auch Aber Bei der Brue Release 6 Äh Gibt es eine Was ich ehrlich sagen muss Gefällt mir gar nicht Das sagen auch glaube ich sehr viele Die Minecraft spielen Oder sogar alle eigentlich Ähm Es geht um das The End Also ich weiß nicht Was die da sich einfallen lassen haben Aber Minecraft Ende Also ich weiß ja nicht Minecraft hat nie ein Ende Nur halt Gibt es auch im Video Nur deine Ziele Also wenn du Wenn du deine Ziele verlierst Dann Oh was mach ich denn da unten wieder Naja ist egal Ähm Wenn du deine Ziele verlierst Also heißt du hast dann kein Ziel mehr Hast keinen Bock mehr Willst nichts mehr spielen Wie auch immer Das ist dann dein Ende Na toll Ich glaub den mach ich mal lieber Ganze rein Ähm Ja wie gesagt Das Ende ist halt nur Dein eigenes Ziel Also heißt wenn du Ja was ich Du steckst dir ein Ziel Ich möchte gerne Minecraft das und das bauen Na gut Was macht das denn da Ähm Steckst dir halt ein Ziel Ja das und das Möchte ich gerne Minecraft bauen Und äh Ja Wenn du das gebaut hast Hörst du halt auf Oder baust du das anderes Oder was auch immer Gibt da Minecraft so oder so Immer viel was man bauen kann Äh Ich selber Ich will es nicht zu viel erzählen Aber Ich selber hab zwei Adventure Maps Schon gebaut Ich stelle euch die noch nicht vor Falls irgendjemand fragen sollte Die kommen dann irgendwann Als Video Das werdet ihr dann sehen Wenn es mein Favoriten Drinnen ist Und mein YouTube Konto So Geh weg da So Eine noch So Ist ja ganz schön dunkel geworden Aber das ist ja kein Problem Ein bisschen Abhilfe Wir schaffen Na Hallo Brauchst du eine Fackel da mal hin Hä So kann ich ja keine Fackeln bauen Hm Keine Ahnung So Da haben wir doch schon Unseren Truhenraum Das ist eins Was mir hier nicht gefällt Das ändere ich jetzt auch sofort So Ach verdammt Erstmal ein paar Halbslips Wahrscheinlich holen Wisst ihr was Ich hab jetzt die Nase voll Ich mach hier oben auch mal Ein Crafting Table hin Das kostet ja nicht so viel Ressourcen Von daher Einfach hier hin 下一46 Das kostet ja nicht so viel Ressourcen Und Ich hab jetzt die Nase nicht so viel Ressourcen Ich hab jetzt die Nase呀 Ich hab jetzt google mit Und